Hi Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Word Tutorial und heute zeige ich euch, wie ihr Seitenzahlen erst ab Seite 2 einfügen könnt. Und das geht ganz schnell und einfach. Ich habe hier mein Dokument mit zwei Seiten aufgebaut und dann mache ich hier einfach mal ans Ende meines Dokuments einen Doppelklick und komme dann in die Fußzeile rein. Und hier bei der Fußzeile kann ich dann hier bei den Kopf- und Fußzeilentools, was dann aktiv ist, auswählen, dass die erste Seite anders ist. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich schon erste Fußzeile und Fußzeile für die weiteren Seiten. Und dann gehe ich hier einfach in meine Fußzeile rein, wo eben meine Seitenzahl eingefügt werden soll, gehe dann hier oben auf Seitenzahl und füge dann zum Beispiel am Seitenende meine einfache Zahl ein. Und schon habe ich hier meine Seitenzahl erst ab Seite 2 in meinen Word-Dokument hinterlegt. So einfach geht es, so schnell kann es gehen und ich hoffe mal, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschüss.